hallo meine lieben freunde ich möchte euch nochmal hier an ein beispiel einer sehr beliebten aktien nämlich pellet hier zeigen wie man daran geht wenn man das analysiert hier ist der frank schuh von elliot river live ihr merkt am sprechtempo dass ich das hier jetzt noch mal kurz halten möchte ich werde kurz was erklären aber zeige euch nicht die jedes detail dieser analyse wenn wir es mit jungen unternehmen zu tun haben hier in diesem fall jetzt pellet hier zum beispiel 2020 da fangen die kurse an wir haben irgendwo emissionskurs dann bedeutet das dass solche unternehmen gerne noch mal unter ihren ausgabekurs fallen und dann stellt sich die frage für viele wie analysiere ich sowas denn denn das absolute tief war ja hier vorne hier im bereich dezember 2022 das war das tiefste tief was wir hatten ja wenn ich aber jetzt dann hier sage okay ich fange auf dem hoch anzuzählen das darfst du niemals machen dann kommst du automatisch in eine abwärts fünfer bewegung und dein ganzer account ist bierig und es ist eine frage der zeit bis du dann hier unter null landest deswegen ist es so dieses unternehmen hat ja auch eine geschichte vor dem ipo gehabt und ist dann auch unabhängig vom emissionskurs gewesen und somit hat auch pallet hier eine solche geschichte gehabt und der fängt im grunde genommen an mit der mit dem start des unternehmens mit dem mit dem start des gewerbes und hier in solchen fällen fängst du tatsächlich bei null an hier ganz unten auf der preisskala bei null dann ist das erste hoch das große hoch was wir hier haben das ist jetzt ziemlich gut zu erkennen eine welle 1 in dem fall ein primary zyklus und dann suchen wir uns natürlich das tiefste tief raus das ist das hier gewesen das ist dann eine welle 2 und dann gehst du nur noch hin und zeigst und baust dir in diese welle 2 deine abc zum beispiel ein unterteilt die wellen weiter und somit hast du eine grobe struktur mit der du diese achse analysieren kannst jetzt geht es natürlich weiter diese zwei ist jetzt hier bei 87,0 prozent gelandet und wir betrachten die jetzt mal als erledigt wir gehen davon aus dass der nicht darunter fällt aber trotz allem ist das die make or break linie denn auch wenn wir nicht davon ausgehen dass die achse darunter fällt darf sich natürlich trotzdem tun markt dafür grundsätzlich machen was er will und wir müssen einfach mit wahrscheinlichkeiten arbeiten und versuchen das risiko einzudämmen das heißt wenn wir unter noch unter 5 85 oder sowas fallen was hat die hier gemacht tatsächlich 591 ich lass es aber mal so stehen dann ist diese ganze analyse die wir jetzt hier sehen so nicht mehr haltbar das ist die ultimative mob und jetzt ziehe ich das ein bisschen auseinander wir tun jetzt mal so dass hier ist erledigt und das ist auch erledigt da sind ein paar unterwellen drin hier ist eine welle a mit einer 5 nach unten hier ist eine b mit einer a b c da drinnen und dann haben wir danach hier eine welle c die besteht dann wieder aus einer 1 2 3 4 5 alles geschichte alles gut wenn wir jetzt sagen okay wo endet denn die welle 3 dann müssen wir hingehen und gehen erstmal davon aus dass diese welle 3 wie die wir da oben sehen das ist jetzt hypothetisch dass sie 161,8 prozent machen wird damit bist du auf der sichersten seite die kann aber auch machen 123 die kann aber auch machen 262 die kann aber auch machen 423 alles das ist erlaubt und möglich für die welle 3 das wissen wir nicht aber wir sind gut beraten gut bedient wenn wir zunächst mal die die annahme in den raum stellen ach ja die geht bis 200 bis 161,8 prozent ja hier bei diesem programm ist das sehr schön der nimmt dann quasi diese dieses extension mit wenn ich die welle 3 bewege dann wandert diese extension mit ja dann sehe ich das ok wo ich jetzt gerade bin hier 123 und hier oben bin ich halt eben bei 161 bei tradingview ist das ein bisschen weniger komfortabel wenn ich aber ich verstehe auch nichts davon vielleicht sage ich jetzt auch was falsches dann schreibt es in die kommentare so und damit haben wir also jetzt eine welle 3 dahinter die welle 4 könnte uns jetzt angucken interessiert uns aber momentan gar nicht weil mit der 3 haben wir noch ein paar jahre zu kämpfen das heißt diese welle 3 unterteilen wir jetzt in eine 5er bewegung das muss man ausrechnen ja dieses programm hat den vorteil dass ich das nicht ausrechnen muss und das macht das programm für mich denn rechnen kann eine software sehr gut nur beurteilen das kann ich besser aber reine rechner operation macht die software das heißt in einem ideal fall haben wir hier eine welle 1 deine welle 2 deine 3 deine 4 deine 5 wie gesagt in einer perfekten welt diese welle 1 kann aber auch länger sein und die kann kürzer sein jede 1 und jede 3 und jede 5 darf in ihren ausmaßen sehr sehr kurz sehr sehr lang sein im gegensatz zu den korrekturwellen 2 und 4 das habt ihr schon immer wieder von mir gehört das kennt ihr bereits und habt das auch schon auf dem schirm jetzt sehe ich das noch ein bisschen weiter auseinander innerhalb dieser welle 1 haben wir das gleiche nochmal eine 1 dann hier eine 2 ich muss es mal eben genauer zeichnen dann eine 3 eine 4 eine 5 das sind also matroschka puppen hier die man ineinander stapelt und dann bekommt man irgendwo dann hier einen wellen schliff wie man so schön sagt wie beim messer so und diese welle 2 das war unser tief dann haben wir innerhalb dieser welle 1 die wir jetzt hier sehen nochmal entsprechende unterwellen gemacht ich gehe aber jetzt mal auf den vier stunden start schauen wir uns nur noch diesen bereich hier jetzt an da ist unsere welle 1 da unten ist unser tief gewesen innerhalb dieser welle 1 haben wir dann hier oben das ist das hoch gewesen eine 1 gemacht dann sind wir runter gefallen in diese 2 beachtet dass das retracement noch sichtbar ist da komme ich gleich darauf zurück das hat einen grund dann machen wir wieder 161,8 prozent in der welle 3 in einer idealen welt wie ich immer so schön sage und dann geht es runter hier in die welle 4 und in die welle 5 die die welle 1 voll macht jetzt sind wir ja in der welle 3 hier in dieser von hier abgesehen sind wir in der welle 3 und wenn wir die unterteilen dann haben wir hier eine 1 gemacht hier eine 2 wir machen gerade eine 3 fertig machen dann eine 4 und dann gehen wir hoch in die 5 und machen die 3 fertig da so und hier ist jetzt vorsicht geboten das hier ist das wahrscheinlichste szenario wenn wir aber einen rücksetzer bekommen und der geht unterhalb dieser welle 2 dann sind wir ganz schnell auch über 100 prozent denn diese welle 2 hatte bereits einen rücklauf von 95,2 prozent jetzt müsst ihr das risiko einschätzen sollte der rückschlag kommen und wir gehen unterhalb dieser welle 2 dann hat das zur folge dass wir quasi diese diese welle 1 und 2 so nicht weiter halten können wir fallen dann zurück auf diese 2 hier die hatte gemacht 71 prozent das heißt diese welle 2 würde das müsste ich löschen und diese welle 2 würde dann hier nach rechts gesetzt werden und tiefer kommen dann würde ich das nächste retracement einzeichen die 78,6 und die 88,7 und würde darauf warten dass er runter kommt und da dies ja dann ein höherer punkt war als der würde auch die welle 1 nach hier wandern dann also das heißt in dem fall würde sich an der analyse das ganze nur weiter verzögern nach rechts verschieben hier die 1 wäre etwas höher und die 2 käme etwas niedriger das ist das worst case szenario nein noch nicht mal ganz das echte worst case szenario ist wenn wir auch diese make up breaking hier unten brechen die ich eben schon erwähnt habe denn dann ist diese analyse so nicht mehr richtig und haltbar dann muss die neu gemacht werden dann haben wir hier ein problem denn diese welle 2 hat 87 prozent gemacht dann würde hier noch was kommen und so muss man immer das risiko schritt für schritt kalkulieren erst was passiert wenn ich hier runter falle was passiert wenn ich dann hier nochmal hier runter falle und so weiter davon hängt ab was ich dann anschließend in meiner analyse anpassen muss und das sind die anpassungen die ich immer vornehme wenn mir sowas passiert denn da ich auch nur wahrscheinlichkeiten ausrechte kann ich das nie ausschließen im moment haben wir das szenario was intakt ist ich kann nicht sagen dass das 100 prozent stimmt ich kann nur sagen es ist ein intaktes szenario was ich ausgerechnet habe dass wir hier im bereich von etwas über 10 bis 11 jetzt die welle 3 machen dann eine 4 und dann eine 5 generell kann ich palantier nur eine exzellente prognose erstellen und gehe davon aus dass dieses papier hier noch aber über einen sehr langen zeitraum noch ein riesengroßes potenzial hat natürlich das ist das geschäft mit dem teufel was sie betreiben also da soll sich jeder seine gedanken darüber machen ob er ein solches unternehmen jetzt kaufen oder nicht kaufen möchte das hier ist eine reine analyse und ich gehe nicht auf das geschäftsmodell dieses unternehmens ein wie dem auch sei rein für den fundamentalen daten her sehr gut aufgestellt technisch wird das ganze gestützt und bestätigt ich habe sie zu spät gemacht weil ich hatte das schon vorher gesehen hier aber irgendwie habe ich so viele analysen dass ich mich darum nicht gekümmert hatte man hätte nämlich die die prozente die er hier gemacht hat über 20 prozent mitnehmen können wenn ich früher geschaltet hätte bei dem earnings call aber habe ich nicht gemacht scheiß drauf ist egal so dass zu palantier ich danke fürs zuschauen leicht mal schreibt eure meinung in die kommentare und debattiert mal darüber ein bisschen leben in die bude bringen damit youtube meine videos mal nach oben ausspielt und macht eine kanamigenschaft wenn ihr das hier zu schätzen wisst und nicht unterstützen möchtet und bis dahin der frank schuh von elliott waver live